Oha, was geht denn jetzt ab? Äh, ok. Ja, ich musste ein Level neu starten und ich habe da ganz ein einfaches Implay niedrige Brücke gebaut und plötzlich hat er sich bewegt, ich konnte leider nicht, äh, ja. Geh plötzlich schnell, tut mir leid. Kannst du mal wiederholen, wenn der Wunsch da ist. So, was haben wir denn jetzt noch? Einfach weitermachen. Ja, das, oh, ohhoho. Also. Ok. Vom System her, kapiere ich es langsam. Dachte ich zumindest, nein ich glaube so geht es. Glaube ich, aber es sieht nicht richtig aus. Hm, oh man es ist spät, ich habe gerade nicht mehr so viel Lieren für sowas. Ich weiß nicht ob er nach rechts oder in die Mitte muss. Okay, das muss ich nicht mit dir. Hm. Hm. Aber so ist es gar nicht mehr so übel. Okay. Also bei meinem Verständnis könnte er jetzt schon rüber da. Aber scheinbar geht es nicht. Äh, ich wollte ihn nicht wegnehmen. Das ist dann eher eine Wand freie Treppe. Ich weiß nicht, was ich da nicht will. Geh doch auch rüber. Nein? Wenn ich das wäre, ich würde darüber gehen. Tja, ist jetzt interessant. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mir ist das ein einwandfreiger Weg. Tja. 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 Ich will es nicht. Ich verstehe gerade nur den Bahnhof. Das kann nicht richtig sein. Ich muss gut nachschauen. Es geht doch nach rechts. Aus irgendeinem Grund weiss ich das. Ich muss sowieso nochmal neu starten. Jetzt muss man ziemlich eine ebene Sache machen. Der Rest ist eigentlich, macht sich von selbst. Hier kann man steuern wie die Brücke wird, das ist auch gar nicht mal so übel. Aber sonst sind diese Level nicht so meins. Um ganz ehrlich zu sein. Nein. Tut mir leid das so sagen. Aber es ist so. Da haben wir, da haben wir mehr Spass gemacht und die Rätsel. Hier haben wir das Brücken bauen und es muss einfach gehen. Ist nicht meins. Nicht so meins. Nicht so meins. Ja ungefähr muss man es einfach haben. Einfach ungefähr. Hier muss man auch wieder nach rechts kommen. Ich sage nicht, dass ich verstehe was ich hier mache, aber ich komme langsam auf den grünen Zweig. Okay. Ja langsam habe ich es. Da muss ich nach unten rechts kommen. Da habe ich so gesehen. Nicht so schlimm oder? Eins nach dem anderen einfach. Ich glaube ich die beste Wahl. Das ist eventuell so. Alles gut, alles gut. Ich hätte es jetzt ein bisschen anders gewollt. Das war's. Okay. Zum Glück ist er nicht heikel. Die Geschichte geht weiter. Oha. Was geht denn jetzt ab? Okay. Und wieder macht er alles kaputt? Kann ich was nehmen? Nein. Ich muss mal rüber. Ich muss mal rüber rüber. Ja. So weit kennen wir es jetzt auch schon. einfach rüber müssen. Einfach rüber müssen. Nichts. Aber gut. Jetzt geht das wieder raus hier. Jetzt geht das wieder raus hier. Ja. Was? Achso. Das ging ja gut. Achso. Ja. Ne Moment. 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 Ich brauche da noch ein anderes oder? Äh. Kommt da nichts mehr? Ja. Ich brauche da noch ein anderes. Was? Das stimmt? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Okay. Und jetzt wohin? Kann ich was machen? Nein. Das zieht jetzt durch, oder? Mit diesen kleinen. Das zieht jetzt durch. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Wohin das geht. Ich möchte da wieder lau ebay. Guck ich kurz nach. So. Es ist jetzt nicht gerade meine Lebensaufgabe. Was jetzt kommt. Jetzt kommt einfach noch so. So mühsames Zeugs finde ich. Ich habe ein bisschen ein paar Level weiter geschaut. Wir sind sowieso fast am Ende. Es kommt jetzt ziemlich nerviges Zeugs. Und ich bin da nicht Fan. Weil man auch nicht genau weiß, was man auch tun muss. Aber ich mache es. So. Man muss jetzt einfach immer wieder hier. Man muss hier nach rechts kommen. Teamarbeit und und und. So. Der kommt doch nicht wirklich dahin, oder? Aber ich habe eine Idee. Ich da ohne große Mühe hinkomme. Das Problem ist nur. Doch eigentlich soll das gehen. Eigentlich soll das gehen. Ich darf nur nicht da rein. Ritteruhr auf das kommen. Das ist das Problem. Achso. Da war ja was. Ja. Nach hinten damit. Hier nochmal dasselbe. Geht doch ganz fix. Eigentlich geht es ganz fix. Eigentlich geht es ganz fix. Aber was denn hier einen Schmerz braucht es. Gott lobt die. Gute Physik hier. Kommt das auch rüber? Ja. Jetzt muss man das hier nehmen. Geht alles kaputt hier. Hm? Ja. 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 Ja.